Ich meine, es ist halt die Formel 1 des Winters und allein wenn man die Strecke sieht, das macht einfach Lust mitzumachen, mitzufahren. Und ich glaube, es hat besondere Events und sicher einer der besten, was den Winter angeht, auf jeden Fall, also für mich sowieso einer der besten Events, die ich je mitgemacht habe und ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe auch Familien mitgenommen, die werden mich anfeuern, das wird ziemlich cool. Ich habe leider kein Snowmobile zu Hause, ich habe nur Tretboote. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Hilfe ist. Ich habe, um ehrlich zu sein, noch gar nicht geübt, weil es ist alles so spontan passiert, aber ich mache eigentlich eher aus jeder Situation immer das Beste und es wird schon schief gehen. Einfach volle Kanne voraus. Ich bin schon Adrenalin-Junkie, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier. Also ich habe generell jetzt schon die ganze Woche ein volles Programm und jeder Tag war auf seine eigene Art und Weise speziell und das ist auf jeden Fall jetzt am Wochenende das Highlight der ganzen Woche. Vor allem, was auch in der frischen Luft ist, nicht in einem Studio, macht Spaß und es gehört absolut dazu. Das sind so diese Momente in diesem Job, das sind so diese Jobs zwischendurch, die einfach wirklich krass, ja, das ist einfach was anderes. Musik 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 Musik